Hey und willkommen zu einer neuen Folge PaceBits. Heute ist das Update gekommen, einmal Prime Icon SBC, da noch als zweites die LaLiga SBC, halt die Ligen SBC. Neue zwei Icons sind da und das wird jetzt sehen und ja hat sie jetzt gerade in Werbung geschaut und wir fangen jetzt an mit einem Spezialpack und ja, in Form. Wer ist das? Lang. Dann, oh, hier auch noch. Hier, einmal Maid und Sanchez, dann noch drunter Diego Maradona, Fabio Cannavaro, Alan, Alan, Shira, Deco, Claudio Makelele und Flashback Rune. Dann noch, Alan, San Maxi, me, Alaphson Davis, Jolaitin Ton, Jolaitin Ton, Ne, das hatten schon. Sorry. Also halt, äh, bis Dings, äh, Davis. Und dann, hier, Saugio, äh, äh, Profi-Schnalligen hart. LaLiga, Standard, hart. Ich weiß auch warum. Weil, jetzt würdet ihr sehen, hat ihr mit Madrid? Denkt ihr hart? Nein. Ich hab noch neugeschaut. Hier, Alaphson und Real. Weil Real war klar. Jetzt schon mal mal Barca. Wo ist denn Barca? Hier, auch hart. Und ich hatte höchstens beim Liegen, ja, schwierige. Hier, ja, kommt drauf an mit den Spielern. Ja. So, und zwar, hier, schauen wir mal Diego Maradona. Eine Maradona-Karte. Äh, Argentinien. Maradonas Club. Ah, da müsste ich mal hin, schon. Wo war da alles? Also, ich weiß nur, Napoli und, äh, Barcelona. Argentinien Junior, Buenos Aires. Sevilla. Okay. Äh, Nevis, Old Boys. Ah, okay. Ja, Hybrid. Ah, okay. Kann, kann es schaffen. Ja, und hier auch das gleiche, äh, ja, so gesehen. So, wir fangen halt mit den, äh, Dings, das bisher an. Äh, jetzt mal Davis. So. Kanada. Ein Kanada-Spieler. Hm. Wo war denn Kanada eigentlich? Äh, ich suche erstmal kurz. So, Kanada gefunden. Wir haben, brauchen ja nur einen Spieler. Team Schmied. So, ja, okay, dann können wir ja einfach Dings machen. So, gesehen. Halt, Super League. Aber, äh, okay, Super League. Kann ich ja gerne machen. Halt so, so, so. Bei Buena. Huarashma. Mariano. Ja, irgendwie, wenn ich immer Mariano sage, mir fällt immer irgendein Lied ein. Frag mich bitte nicht vor. Also, wir können wieder Level Up sein. Könnten wir. Bundesliga. So. Ist machbar natürlich. So, erstmal. Elf Bundesliga-Spiel. Okay. So. Wir nehmen dann, äh, hier. Wir nehmen den hier, den Hertha-Typen. Der Rest soll UCL sein. Na. Okay. Pulisic. So. Noch einer. Ja, hier, Toilizo und E-Tausendstück gefühlt. So. Rebari. Der kein Walkout mehr ist. So. Wenn will. Bender. Sané. Weiser. Weiser. Wenn nicht weiser ist. Und bekommt ein Tor-Ber... Oh, ich hab Bayern München übersehen. Sechs Bayern-Spieler. Okay. Machen wir das mal. Wir hatten ja hier... Toilizo. Wen haben wir hier noch? Ach ja. Komm an. Partner. Ach so, brauchst du mal eine. Ja, okay. Ja, okay. Dann so. Der Rest muss dann Bayern sein. Okay, Robbe. Komm an. Äh. Hier. Hier. Dann weg damit. Dann machen wir hier. So. 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 Er ist bisher abgeschlossen. Ups, das habt ihr noch gesehen von den anderen Spielen da. Animation. Easter. So, meine... Damen und Herren. Davis. Der neue Zugang. Jetzt mische ich mal Kassel. Oh, wow. Pace. Dribbelig, Alter. Neuer Arjen Robben. So. So. Allen. Zay. Maximi. Easter. Nietzelsspieler. Schatz. Frankreichspieler. Leck mich nach dem Arsch. Ich wette. Rating. Ich hab schon eine Vermutung. Ah. Okay, das mit Leck mich nach dem Arsch. Nehme ich es zurück. Weil ich dachte schon, jetzt kommt so... Ja, übertrieben viel Rating. Das war... Sorry an der Stelle. Nietzsche. Balotelli. Dann nehmen wir noch diesen geilen Typen hier. Den ist halt Maxim. So. Wie viel brauchen wir denn? Oh, so. Okay, das war's dann. So, wir machen noch hier. Klick. Hier. 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 Und hier. Und das war's. Ja, bla bla bla. Komm. So, und der... SBC hat geschlossen. Ich hatte jetzt vergessen, als ich den Cut gemacht habe, was ich gesagt habe, weil ich kurz den Cut gemacht habe, weil jemand mir beschrieben hat. Ich habe jetzt noch länger gedauert, wenn jetzt den Cut... Also, bevor ich den Cut gemacht habe, die Uhr zitiert und so, ja. Aber... Lightning Round ist da... Ja. Live. SBC. Ist da... Hier. Hier. Extra. Alles zu euch gemacht hat nicht Spaß. Ich sollte es aber noch machen. Also, wo waren wir? Santi, Maxi. Ja. Der Juto Maxim. Liga 1. Warte mal. Was steht da drauf? Warte mal. Easy. Okay. Okay. Ist so geschieht. Ja, Medium hier, aber... Ich glaube, wegen einer Spielzeit. Ja, okay. Komm. Drauf an. Jetzt so. Und was war eigentlich euer bester Spieler momentan, den ihr aus irgendeiner Liga gezogen hat. Zum Beispiel jetzt Bundesliga. La Liga. Und so. Also, was war halt euer bester Spieler, den ihr gezogen habt? Also, meiner. Also, jetzt keine SBCs. Die ziehen jetzt wirklich nicht. Also, den besten sehen jetzt... Also, ihr könnt jetzt kein Dings ziehen, die jetzt in FIFA 18. Ein 98er. Hey, das geht ja jetzt nicht mehr. Ich möchte leider hier so keine Transfer-Kondom. Also, der beste Spieler wäre Ronaldo oder Messi. Und Ronaldo ist ja hier, wie gesehen... Nee, Messi ist jetzt ein Vorsprung. Messi ist eigentlich besser als Ronaldo. Wie wir es mal gesehen, entweder, zum Beispiel jetzt, Messi hat ein Duel-Blink mehr. Oder eine Defense mehr, das ist jetzt besser als Dings. Ronaldo. Also, Messi ist momentan der beste Spieler. Wollen wir aber sehen. Wollen wir sehen. Vielleicht, es kommt noch das Team of the Season. Es kommt noch... Also, Ronaldo und Messi's Karten werden wir sehen. So. Und, ja. Frankreich. Hey, Frankreich-Spieler. Ja, okay. Wir machen es so. So. Äh... Uzil-Karten 3. Ousmane Demle. Das ist schon der 2nd-Walkout. Das ist der 6. Dings. 80er. Und zwar hier. Möchte ich das so machen. Welch Messi-Team of the year? Also, Dani Alves geht weg. Sag ich auch schon mal. Die Reha, also, geht auch weg. Ich mach das Team so. Zidane spiel ich. Kanti überlege ich. Pelé spiel ich. Maradona spiel ich. Die Reha-Totti spiel ich. Van Dijk, Ramos, Varane, Marcelo, Kayla Walker und Modric Totti. Die muss ich überlegen. Ich muss irgendwie ein Team machen, was so mit mir und allem drum passt. Also, momentan, das ist halt mein Team. So, gesehen, ja. So. Flashback-Runi. Medium. Okay. Der Toffes. 4 Everton-Spieler. 9 von der Premier League. Okay. Everton. Was haben wir denn so? Tosun. Siegutson. Andre Gomez. Davis. Dann noch Gouet. Schneider. So. Jetzt nur noch normale Premier League-Spieler. Dann, ja, hier. Hier. Nein. Ich sag mal nicht. La Porte. Die Tür. Die Tür macht das alles schon. Ja, das ist so ein Sticks. Ja, komm. Keeper. Der Torwart. Hi, hi. Okay. The Red Devils. Na, bitte. Nein. Warum? Warum? The Red Devils, 9, wenn du nicht im Spiel erhältst. Mua, okay. Mua, so. 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 Drei. So. Wie viele? Okay. Wir machen Stürmer auf jeden Fall nicht mit Dings. So. Der Rest wird Zaha. Und, äh. Anatovic. So. Rune, guck mal her. Rune, guck mal her. Denia. 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 Wünf sind das schon mal Alessandrini. LB haben wir ja nicht. Dann nehmen wir hier nochmal Argentinien, so. Dann hier tun wir USA. Keine Ahnung. Schiemen muss das auch ein bisschen sein. Tun wir einfach irgendein Franzosen hier. NCDB hier. Hier in Argentinien. Vollschein habe. Ja, hier. Dann, äh. Ja, hier. Ach, dann Chemie geht da. Klar. Okay, England. Ja, ist eigentlich auch einfach. Warum steht da hart? Das frag ich mich immer noch. Hm. Hm. Zwei UCL-Spieler. Non-Rare, oder? Ach, ich stelle den Straf. Hm. Ja, wir machen mal so. Hier habe ich auch keine Ahnung. So, dann kann ich mich nehmen. Der ist ein Zwerz. Aber ist der Meister mit dem Lubli. Hm. Hier. Schau. Chef. Keine Ahnung. Was? Frumwärts. Dörling. Also, woher wir einen? Okay. Dann machen wir so. Me. Jones. Loveton. Zeig mal Loveton. Keine Ahnung. Und so zu Pope. Äh, Pope. Ja, guck. Hier ist schon mal Sprecher. Es heißt auch Pope. Es hat immer Pope genannt. Ima. Ja. Frag mich warum. Flashback Rooney abgeschlossen. So, wir sind schon bei 14 Minuten. Und haben sehr viel schon geschafft. Ja. Z11 ist der natürlich der Boy. Also, eine richtige Legende. Und ihr könnt mal sagen, was ist eure Lieblings-SPC? So gesehen. So, Makarele. Du kannst mal gehen. Bruder, was ist? Ah, okay. Ich mach das off-screen. Also, ich sag euch mal. Pelé wird auch Experten sein. Ankündigung. Ankündigung, okay? Pelé wird Experten sein. Natürlich. So. Ja, Swap Spezial. Ich möchte bitte ein Totti. Also hier, für Champs. Ne? Da ist das Ding gekommen. Hier. Ja, hier. Guck mal. Casimiro, Igo Aspas, Gomes und Muga. Muga, Gomes kommen ja... Ja, was sagt man? Raus. Casimiro, Aspas kommen ja raus. So. Maiten und Sanchez ist der komplette Spassi. Wir gehen nochmal weiter. Hier. Modric. Cavani. Mbappé. Sommer. Jose, Kajan. Die möchte ich unbedingt haben. So. Wir machen jetzt mal ein SPC. Spezial. Wir machen da hier nur Brasilianer. Ihr kennt die Taktik. Hashtag Brasilien. In die Kommentare. So. 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 Drei Ligen. Jetzt sind wir noch... Oha, ich hab so wenig Schnalldurst. Ich hab so wenig Schnalldurst. Yey. So. So könnt ihr eure SPCs immer fertig machen. Einfach nur so, 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 so. Skipper. So. So. Petro. Jetzt. Einfach nur hier. Brasilianer wieder. Resus. Hier. Hier. Gibt's da keiner. Nehmen wir walk. Zwei Spezialkarten. Halt die Fresse, ey. Ja, okay. Ist kein Problem. Ist kein Problem. Hier, bitteschön. So. I can. I can. Bitte mal, Roto. Noch viel SPC. Bitte mal, Roto. Mein Gott. Wer? Wer? Brasilianer kann alles sein. Pelé. Rivaldo. Rivaldo. Ja, schön wär's, wenn das Spiel hier wär. Könnte auch Ronaldinho so sein. Ihr wisst. Rivaldo. Hm, warte mal. Wer ist eigentlich das schlechteste Icon hier? Das will ich mal sehen. Ah. Gattuso. Ich hatte ehrlich, jetzt will ich, no joke, ehrlich gedacht, Nakata. Guck mal, der Blick ist schon so. Hm. Was willst du von mir? Liebmann. Hab ich irgendwas auch nie gesehen, so. Diese SPCs, wir kommen auch bald so von denen. Es sind ja nicht alle da draußen. Ja, kommen wir nochmal weiter. Futsch. Bitte. Ich sag mit Ankeligung. Es ist, muss ein Wort, es ist, also, es ist bestätigt, es ist. Oh, ich hab keine gesehen. Als ob man es zweimal machen kann. LOL. Okay, dann sehen wir uns gleich wieder, weil ich muss kurz einen Cut machen und ja. So. Hier sind wir da, da und weg. Brasilien. Ihr kennt die Taktik. Ich fang mal so an. So an. So. Nein. Nein. Tait." Ja. So. Jetzt kommt noch der David Luisa. Der David Luisa. Alles Spaß. Nix gegen dich. so schelzi schei 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 ich weiß immer noch nicht bis heute hier ausgesprochen wird aber da kommt er weg wir wissen pedro morata du kommst du hin ne falsch kommst du hin wir brauchen einen brasilianer brasil lalalalalala lalalalalala und chaco warte ich okay bitte also wir haben eine alchemo kommen was kommen wir jetzt aha das ist bens ja das ist in ordnung der benser okay wir geben einen von champions spiel ab wie viel habe ich das liegt an mir ich hab mich nachgeschaut keinen du die karten ihr seht keinen ich opfere ja wie soll ich opfern sommer hier rein so ich hab ne idee wie wir es machen wir machen erstmal ein glachbar link so einen jetzt kommt naldo erst mal klatschen so 13,5 jahre naldo aber ich kann den eigentlich ansetzen weil ich hab den so wenig also ja so ja direkt ist rumgeklatscht er ist ne legende so jetzt braucht ein spieler wo ist der da hier wenn der 16 mal so jetzt brasilien liegen so wie machen wir es einfach so du so ressource jose juliano ne brauchen wir uns dann hier hier äh tun wir einen aus dem bunt ne können wir ja nicht ich such mal z m ne z ms so äh ich hab wieder zeit im gesuch hallo fred danielis ich komm wegen den hier ich glaub wir brauchen ein paar gute links ich komm erst mal hier so ich komm erst mal hier so hier so hier so fred ne so und hier danilo sagst du sagst du bitte ich hab sommer abgegeben wen kriegen wir jetzt das ist ein walkout bitte vom herzen bitte das ist ein guter immobile neu bin zufrieden aber es gibt einen spieler den ich haben wollte also ich kann das nicht bekommen mit modric oder eine mp modric oder eine mp der beressen ja ja aber irgendwie frag ich mich diese future star sbcs saint maximum future star sbc nelson yes wo sind die kommen die nicht hier hab ich irgendwas gepasst Die kommen ja hier, bei dieser PSB-SBC. Aber nichts gekommen, ja. Schade drum. Bundesliga können wir ja rein absetzen. Komm, machen wir ganz schnell. Hab ich das auch schon mal gemacht. So, Kamaric, Legende. Also für mich sind momentan nur die Kroazien Legenden. Bei Kroatien, jetzt ehrlich, Deutschland. Für wen seid ihr... Für die WM, jetzt ehrlich. Ich hab gesagt, scheiß auf Deutschland, die werden eh nicht weiterkommen. 2014 Weltmeister, ja. Wow. Und? Was hast du zu machen? Okay. Ich war jetzt ehrlich überrascht. Ich dachte so... Torti. Nein. Torti Nomine. Na gut. Na gut. Na gut. Der Link. Der Link. Santeria. Liga Nord. Der Link. Eh. Bundesliga. Züper League. Elf. Erdv. Sie brauchen nicht. MLS haben wir, haben wir live. Saudi-Arabien haben wir, die chinesische Liga haben wir, die japanische chinesische Liga haben wir, die, wie hieß das, die andere, die australische Liga haben wir, die Liga Badal-Kommer MX haben wir, die belgische Liga haben wir, äh, Schottische SPC, ja SPC ist richtig, ja, haben wir, so, ne Uli, ja, wir haben unschreit, oje, ich hab's mein Lieben, Dänemark Upgrade, 11, 11, ok, 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 komisch, ich hab überhaupt keinen Sinn mehr, weil ich das eigenes Spiel abgeben muss, den ich liebe, aber ich möchte ihn nicht abgeben, aber schluss der Frau, ich, nicht Reuss, also, ich hasse Dortmund, by the way, mhm, der Pai, oder soll ich doch nichts abgeben, äh, Pai, ja, komm, wir machen das also mit Mal, C, ne komm, wir brauchen hier andere Ligen, Falcao, Balotelli, Strotmann, das war's, so, achja, bei Duell Barca hat ein Dings Transfer wieder gemacht, 12 für 9 Euro haben wir einen Spieler geholt von Dings, Atletico, Madrid, ich kann euch das mal gerne zeigen, also, hier, wir sind auf der, äh, App Footmode, kein Placement, hier, Real hat, 4-2 gewonnen, wie ihr seht, in einer Stunde beginnt nochmal das Spiel, so, die Fans hat vor, die sind raus, jetzt wirklich, guck mal auf die Viertelfinale, Napoli ist raus, die sind raus, die sind raus, es gibt kein Rückspiel, hier, der erste Sieg für die, der erste Sieg, Champions League, Finale Stage, 20. Februar, hier, die sind raus, 3-0, gefickt, die sind gefickt, so, da ist es auch gewonnen, so, aber, und das Sieg dann, eh, das ist von daher, und zwar, Transverse, hier, Amazon, äh, also, von Adib, oh, schade, Madrid, MG, hier sind Spiele, Aparico, von Gerald, ja, Brasilien, du spielst auch Brasilien, oder, muss er, ja, muss er, muss er, hier, denn es war es, auch nachher, Franky Deo, Prinz Boateng, Mounier El-Hadadi, Gewechselt, Jean-Claire Torbito, Ablösefrei von Toulouse, Muriel Com, Paco Alcacer, Alcacer, keine Ahnung. Okay, das sind ja auch so 525 Tagen, what the fuck, 115 Millionen Euro, naja, so gesehen und ja, hier sieht man auch, hier, Bayer gegen, kann ich das, kann ich den Verein, zweitlig ist, okay, aber auf jeden Fall, Bayer gegen Hertha, hier, FA Cup, Liverpool gegen, äh, West Ham, City gegen Arsenal, ja, und gegen PSG, ey, das Spiel, sehe ich vielleicht, Bayer gegen Leverkusen, naja, bei Müschen hat das letzte Spiel, äh, der gegen, äh, Leverkusen gewonnen, und der, bei Leverkusen hat ungefähr, ups, sorry für die Nachricht, ja, besser, gescored, dreimal gewonnen, nur gut, ja, Jürgens gegen Parma, und Leipzig, genau, oh, warte mal, nein, Tabelle, Bayer ist zweiter, ach, Bayer muss mehr Punkte machen, Japan gegen Kata, Finale, was ist denn Finale, ey? Wohl. Okay. Und ja, das war's dann, dann kommen wir zurück zum Spiel. So, wir sind wieder im Spiel, und ja, wie wollte ich das machen? Ich wollte es so mit Holland bauen, zum Teil, also, hier, dann, hier, dann, äh, hier, hier, so, dann wollte ich hier, äh, Frankreich nehmen, und die, äh, Serie, nee, also, so gesehen, aber, ja, es gibt ja kein Holländer, so gesehen, ja. Dann vielleicht nochmal so, und dann, äh, ja, geht da nicht. wie soll ich das machen? Das ist der Stroot, Mann, der hat irgendwas kaputt gemacht. Aber, ich musste irgendeinen, ich musste irgendeinen aus der Liga, auch nehmen. Frag's da. So, ich mach jetzt. Naja, ich kann das nicht machen. Naja, was soll ich jetzt machen? Nur Deutsch könnte ich jetzt machen. so, 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 also, ich brauch hier mehrere Ligen, hm, Schlafi, Lino, fisch, oh, oder, äh, 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 keine Ahnung, auf jeden Fall so, wenn ein Frank, es gibt ja keinen mehr, ey, das ist so scheiße, diese fucking SBC, ich könnte heulen. So, ich mach einfach nur alles zu Frankreich, so, juckt mich überhaupt nicht, so, die Ahren. Frankreich. So, Marseille. so, okay, dann, hab ich keine Ahnung, wer will ich das machen? Liegen, ich brauch noch eine andere Liga, Frankreich. So, hier, hab ich eine aus der Bundesliga, Pavard, hier, noch eine andere Liga, ja, Laporte, gut, nein, nicht gut, ja, gut, gut, Rating, von dann da, gut, Hilfe, Scheiße. Scheiße, das ist ein bisschen abgeschlossen. So, Mod, Ritt oder Mbappé. Okay, ich bin jetzt traurig. Maris. Ja, gut, Maris, so, ich mach mal kurz die kompletten SBCs hier noch, dass ich das Team baue, danach sehen wir uns gleich wieder. Also, SBC, hab ich fertig, eine, von Top, und ja, Donnarumma hier, manchmal, dieses Bild auch verpackt. Dänemark, kann ich immer noch nicht machen, ich brauch niemanden, also ein RB. Und jetzt ist das Schlimme halt, Bronz, äh, Bronz, ja. Ich glaub, ich hatte gerade gegen, oder? Hey, ich bin wieder ein, ey, ich könnte heulen, nur so assig, nur. Selbst nicht niemanden hast. Man, zeig doch. Komm, jetzt geht, jetzt geht erstmal so, komm, wir haben den nicht, komm, wir gehen mal kurz wieder rein, hier, es gibt den, Makalele, vom, ja, guck, ich zeig's jetzt. Ich werde Gold. Ich hatte jetzt nur drei Goldspieler. ich weiß, was auch steht. Mein Mief. Da brauchst du da. Also, ich hab nur eine, Dänemark, also, Dänemarken gefunden, RB, also, hier, niemanden gibt's, wen gibt's denn noch? Hm. Was ist das? Niemanden gibt's nur. Und zwar Bronze, ja, Bronze, I hate you. La Liga, Spezial, 84 plus, okay, aber ich möchte, von dir, einen Dings haben. Ich will doch, niemanden. Niemand. Okay, das ist, ja, von daher. So, kaufen und verkau, oder verkaufen, ja. Nein. Gigi. Danke. Und falls ich, falls das wieder hochgeht, und ihr seht das, und wenn ich, falls ihr bitte, niemanden, dann bitte, bitte, hilf mir. Liga, BBVA. Oh, hä? Na, du fliegerst es denn, hä? Liga, BBVA. Ich wollte erst mal sagen, niemanden. Hast du niemanden? Und, äh, wir schreißen erst mal drauf, ja, komm, wir machen noch mal den Tod Dings. Und zwar hab ich, äh, so gemacht, ich hatte hier Raoul, dann hatte ich hier Dings, äh, wir tun jetzt noch mal, ja, den hier Typen. Dann hatte ich hier, äh, den hier, Tyson, und, und, Gabriel, Rizz, und, dann hatte ich die Nords benutzt. Einfach hier, blieben, so, 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 so gemacht, und jetzt, ja, na, wir machen noch kurz so, so, und, bitte, walk out, walk out, und, das ist ein walk out. Bitte Messi, wenn jetzt Messi kommt, also mal, cool, bali, bali, mali, 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 sieben, macht sich, er hat sich noch nicht gezogen, ja, gg, so, zwanzig Stunden noch läuft, Kolumbien, können wir auch noch einmal abschließen. So, also, wir haben ungefähr jetzt, achtmal Minuten gemacht, ja, ich glaube, ich mache einfach einen Cut, und, ja, so, SPC abgeschlossen, hier, so, wir bekommen eine, hm, so, links SPC, Karte, ja, so, Packs, 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 Silberpack, acht Millionen Coins, und, das ist wieder sein blauer, also, die, die Karte sieht schön aus, also, ich finde es wirklich schön, Torch 15, keine Ruhe, Ak, Pom, Alain Bikso, was willst du, ich bin der Beste hier, Lach, Abhandula, E, he, he, und, oh Gott, und, oh Gott, okay, bitte, bitte, hoch, ah, geil, und, zum Beispiel, Cancelo, geil, also, einen Spieler, den ich mal haben wollte, mö, was heißt, wollte, also, ich wollte ihn, ich möchte ihn, warum, ich weiß, was ich meine, ich möchte ihn haben, so, der ist Ben, sag mal, kein Rockout, aber, war mein Rockout, Todd, 19, Spiel, nein, Santi, Casalora, und, wenn ich zu tun, wir haben zwei Skler, nein, ich suche dann, back off, Maria, William, SPC, so, I can, oh mein Gott, ein Icon, hier ist noch mal, Krieg, nee, ist, was war das, doch, Kriegs, es ist, Kriegs, oh, kein Back-to-Back-Walkout, Fabian, so, jetzt ein gemischtes, auch jetzt ein Goldspieler, erstes, nein, schlechter, Bettner, Bettner, Deutschland, Neuer, Özil, groß, ja, ein schönes Tor, gegen Schweden gemacht hat, und um die T, und Company, eine Geschichte mit Company, 24, 18, 24, 19, ich hab immer mit dem gespielt, immer, war der Mann, Hassspieler, er hat immer eine rote Karte gehabt, immer, it's no joke, ja, immer eine Karte, rot, 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 20 Stück, 8 Stück, Al-Hali, Al-Hali-Spieler, warte mal, ich schau mal kurz, zwei Spieler, wenn man, was ist nochmal der Arabische Spieler hier, nee, ist Afrika, wo, sieht man die Arabische Spieler aus, äh, hier, ja, hier, ein abgeschlossen, abgeschlossener Silberspieler, Al-A, ACM, FC, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, ne, ah, hier sind 8, okay, hier, Al-Himd, zwei Spieler nur, Al-Hali-Spieler, oh, ein Türke, lol, Ruße gehen raus, um die türkischen Leute hier, Geil, ich wusste nicht, das ist ihr Dings, wofür ihr da hier so spielen, warte mal, ich muss nicht nur Dings machen, ah, Ihre, Ihre, Ihre Männer, wo ist Dings, Ola, Leute, ihr würdet gleich mal sehen, wie viele Packs wir haben, okay, Al-Hali, eine Spezialkarte, Al-Hali, brauchen wir, so, wir brauchen eine Spezialkarte, hier, wir nehmen den hier einfach, okay, wer war eine Spezialkarte, müssen, hier haben wir keinen, 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 hier haben wir überhaupt keinen, hä, Stürmer könnten wir auch nehmen, so, wir brauchen zwei Stück, CBs und so, das ist, oh Gott, also DSP, äh, tot, goal, Carlos, ob, da, ja, warte mal, hä, nowhere, where, hä, so, Skin, jetzt ehrlich, LB, er, wir brauchen noch hier, ein CB, keine Ahnung, gar so. Es ist ein Part 1, so könnte ich euch was sagen, falls jetzt die Aufnahme unterbrochen wird, dann ja. Wir sehen uns dann beim, ja so gesehen beim zweiten Part und ja, wurde schon eingeladen, oder? Keine Ahnung, nice play, hier raus, ich habe das ehrlich gelesen, K-Rios. So, dann beende ich das Video mit guten Spielern, wenn ihr sehen möchtet wie viele Packs, das wird der später machen, dann haut rein, wir sehen uns dann gleich wieder und bis bald.